Und der Titel für heute Abend ist Gehen tiefer in das Königreich Gottes Vielleicht wirst du etwas heute Abend feststellen Was du noch nie vorher herausgefunden hast Zum Beispiel Wir alle gehen durch Teste und Prüfungen Und wir mögen die nicht Wir gehen durch Verfolgung Und wir mögen das nicht Männer Gottes gehen durch Verfolgung Und besonders heute Abend Die Botschaft ist für Pastor George Emma hat gestern Abend gesagt Als wir die Gemeinde verließen Was ist der Titel für heute Abend Und ich habe einfach meinen Mund geöffnet Und der Herd ist gefüllt Und das ist was herauskam Und öfters hat der Heilige Geist mir gesagt Einige Male hat er gesagt Dass ich zur Bibel gehen soll Und jedes Mal ging ich an den selben Ort Und ich wollte gerne an einen anderen Ort gehen Aber ich hielt fest Die selbe Stelle zu lesen Und ich habe die Bibel wieder geschlossen Und wieder sagt er Geh zurück Und lies es nochmal Und ich sage Ich habe es doch schon gelesen Nein du hast es noch nicht Menschen lesen, lesen, lesen Aber es gibt da ein Offenbarungswissen Die Bibel ist keine Novelle Keine Geschichte oder eine Zeitung Es ist ein Buch gefüllt mit Offenbarungswissen Seht ihr, wir sind sehr viel in Stückchen getrennt Wir sind nicht in Eins Und was immer nicht in Eins In Einheit ist Das stellt sich heraus als krank Aber wenn Jesus jemanden heilt Und die Bibel sagt Und er machte sie ganz Und dieses Ganz, dieses Zusammen Ist Eins Es ist so als wenn du ein Puzzlebild nimmst Und du schaust jedes Teil an Und du versuchst es passend zu machen Und dann schaust du Das passt da nicht Das passt nicht Aber da muss es sein Und dann suchst du Um es zusammenzusetzen Das Bild ist in Stückchen Bis du anfängst es eins zu machen Die Wahrheit Gottes macht alles eins Eins So wenn dein Fuß oder dein Ohr wehtut Dann sind es zwei Teile Die wehtun Ja, aber der ganze Körper spürt es Aber wenn der Herr dich eins Dann spürt es auch der ganze Körper Und das ist das Denken des Königreichs Das Denken in Einheit Und die Mission des jüdischen Volkes ist Den einen Gott zu proklamieren Und viele Menschen von euch Wundern sich vielleicht Weil Warum das jüdische Volk Jesus nicht annimmt Also Zuerst einmal müsst ihr die Geschichte studieren Und das ist Ein klein wenig Das kostet euch was Ja Ihr müsst euch da etwas vornehmen Um diese Geschichte Die Geschichte kennenzulernen Und dann Werdet ihr Nummer eins Ja, Nummer eins Und das wird ein schneller Rückblick Die jüdischen Menschen Sind vergriecht worden So die Griechen Die haben sie helemisiert Und danach Kehrten sie um Ins Judentum Aber ihr Glauben War nicht mehr in den einen Gott Es war schon alles in Stücken Aber die grüchische Mythologie Hat viele Götter Europa, Hermes Pegas Und die Menschen gingen In diese Fantasiewelt hinein Wo Götter Geformt wurden Aus Metall Aus Holz Aus Erde Aus Beton Aber Gott sagt Du sollst keine Bilder von Gott machen Und später haben wir Cäsar Haben wir Herrscher Nabucadnezzar Called himself God Und Pharaoh Was a God Nebuchadnezzar Nannte sich selber Gott Pharo Nannte sich Gott Es sieht so aus Als wenn Die heidnische Welt Immer einen physischen Sichtbaren Gott haben musste Und konnte keinen Geistigen Unsichtbaren Gott haben Jesus sagt In Johannes Kapitel 4 Dass Gott Geist ist Er ist Geist Und wenn er sagt Wenn du mich siehst Siehst du den Vater Und das was du hörst Ist der Vater Sein Wort Es ist nicht mein Wort Es ist sein Wort Das was du siehst Die Zeichen und Wunder Sind nicht meine Sind nicht von der Sohn Von Sohn Marias Es ist von Gott Dem Vater Und er nannte niemals Und er nannte niemals ihn Gott Er nannte ihn immer Den Vater Und wenn er mit der samaritanischen Frau Sprach Dann sagte sie Ihr Juden Betet Gott in Jerusalem an Und sie sagt Wir Samaritaner Beten Gott Auf diesen Berg Und Jesus antwortet ihr Und Jesus sagt Es wird eine Stunde kommen Wenn du den Vater anbetest Er verändert Die Rede von Gott Und in den Vater Er belehrt sie Über den Vater Er ist gekommen Um den Vater zu offenbaren Ja Und wenn Christentum Das übernommen hat Sie haben es auf diese Weise Die sagt nämlich Wir haben hier den Neu-testamentlichen Gott Und dort ist es Der alte Test Und der Neu-testamentliche Gott Ist besser Wie der des alten Testament Wieder zwei Götter Aber das ist noch nicht genug Aber die jüdischen Menschen Konnten das nicht annehmen Weil sie wirklich Zurückkehren wollten Mit ganzem Herzen Zu dem einen Gott Also der alttestamentliche Gott Ist der Gott des Zornes Vor dem wir uns fürchten müssen Blitz und Donner Zerstörung Aber der Neu-testamentliche Gott Ist nur Liebe Und wir wollen nichts Über die andere Seite Deselben Gottes hören Wir wollen nur Diese gute Seite haben Und deswegen haben wir Zwei Götter geschaffen Seitdem Gott dann Nicht zornig mehr ist Und ganz Liebe ist Dann muss doch der Teufel Der Böse sein Da haben wir den zweiten Gott Den Gott der Dunkelheit Und den Gott der Licht Des Lichtes Wieder zwei Götter Es macht nichts aus Wie man da herauskommen möchte Aus diesem Heidentum Man bleibt immer drin hängen Und ihr wisst es noch nicht einmal Aber die jüdischen Menschen Die wissen darüber Bescheid Und deswegen kannst du Einen Juden nicht zum Christentum bekehren Ihr müsst erst einmal Etwas von den Juden lernen Damit ihr sie mit Jesus In Verbindung bringen könnt Ihr könnt Schriftstellen bringen Aber sie kennen die Schriftstellen Ganz sicher besser Wie ihr sie kennt Ihr könnt ihnen das Evangelium bringen Die wissen das Evangelium Sehr viel besser Wie ihr es wisst Und ihr könnt ihnen Die Apostelgeschichten Und die Apostel kutieren Sie wissen die Apostel Immer noch besser Wie ihr es wisst Und sie erinnern sich An mehr Schriftstellen Wie ihr es tut Weil sie gelernt haben Von Kindesbein auf Schriftstellen zu behalten Und sie kriegen das So heraus Wie wir Gott hält uns so Ein Instrument Der Demütigung zu schaffen Ich sage immer Zu den Holländern Ihr seid ein sehr stolzes Volk Und ihr habt nichts Wo ihr Buße für tun Aber die Deutschen Sind auch stolz Aber die haben etwas Wo sie Buße für tun Und es ist für die Deutschen Besser ins Königreich Gottes zu kommen Weil sie einen Grund haben Buße zu tun Und genau in dieser Weise Hat Gott die jüdischen Herzen Gehärtet Und ihre Augen Verblendet Teilweise nicht ganz So dass ihr hineinkommen könnt Durch Gnade Demütig Aber heutzutage Ist es nicht mehr so Und die sagen Wir haben einen besseren Denn wir sind Christen Wir sind besser wie die Juden Und einige Menschen Haben meine Kassetten genommen In Rotterdam Und sie haben es Zum Pastor gegeben Und der Pastor sagt Was? Er ist ein Jude? Das möchten wir aber nicht Was kann ein Jude mir geben? Ich bin doch ein Christ Ich brauche es doch nicht Du kannst sagen Ja Jesus war jüdisch Das kannst du Millionen Mal sagen Aber es ist der Stolz Und die können nicht Ins Königreich Gottes eintreten Die denken sie Ins Königreich Gottes Aber sie können da nicht Warum? Weil die Bibel sagt Gott widersteht Den Stolzen Und gibt größere Gnade Den Demütigen Er kämpft sogar Gegen den Stolzen Und dann gibt er dir Eine Gelegenheit Zu zeigen Wie demütig du bist Ja Es irritiert dich vielleicht Aber er prüft dich Und wofür ist diese Prüfung? Wir werden da In einem Moment hinkommen So schafft Gott Instrumente Aber wenn diese zwei Götter Noch nicht ausreichend sind Der allmächtige Gott Und Satan Der allmächtige Gott Und Satan Der Gott des Lichtes Und der Gott der Dunkel Der Gott von dieser Welt Und der Gott von dem Universum Den einen Den einen Den man widersteht Und gegen Kämpfer Den anderen Vor dem man Wehmütig und liebt Dann sind wir Der dritte Gott Die Theologen Dann entscheiden wir Was von Gott ist Und was von den Teufeln Und dann legen wir Die Finger Zeigen wir die Finger Aufeinander Und sagen Du bist von Teufeln Und du bist von Gott Und das ist eine Lüge Und das ist die Wahrheit Dann sind wir Die dritten Götter Und dann sagen sie noch Ja ich bin gesalben Denn ich habe Denn ich habe Eine größere Salbung Wie du sie hast Und du musst mir Dann zuhören Und Jesus sagt Richte nicht Denn auf dieselbe Weise Wie du richtest Sollst du gerichtet werden Und so werden wir gerichtet Und so sind wir Unter dem Zorn Gottes Und dann möchten wir Gern hinein Aber hier etwas Hält uns dazu Und dann sagen wir Der Teufel Der hält mich zu Nein Gott hält dich zu Du kannst nicht In die Weise So wie du bist Ins Königreich hineinkommen Du musst so wie Ein Kind hineinkommen Und das ist eure Aufgabe Ich gemütige mich selbst Und ich mache mich In ein Kind Weil ich weiß Dass es der einzige Weg ist Wie ich ins Königreich hineinkommen kann Vom Punkt der jüdischen Menschen Aus gesehen Sehen sie auf die Christen Als wenn sie einen Christlichen Gott haben Jesus ist dann Der christliche Gott Und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs Ist der jüdische Gott Aber so geht das nicht Ich möchte euch hier Nicht in Theologie hineinkommen Ich möchte euch Nur mal aufzeigen Was das Problem ist Wenn ihr das Buch Der Offenbarung Und das Buch Der Hebräer vergleicht Den Hebräerbrief Dann werdet ihr feststellen Dass da zwei Verschiedene Verstande Also Arten Dann gearbeitet haben Der eine hat Überhaupt keine Bilder Nur über den Tempel Und über die Opfer Berichtet Und im Buch der Offenbarung Hast du plötzlich Einen Drachen Mit sieben Köpfen Habt ihr schon mal Einen gesehen Jemals? Nein Hat es einen langen Schwanz gehabt Und der mit seinem Langen Schwanz Ein Drittel der Sterne Wegwirft Und wenn das Noch nicht genug ist Dann spuckt er Einen Fluss aus Und es versucht Die Frau mit dem Kinn Zu ertränken Symbole Bilder Aber an wen ist das Adressiert Griechische Menschen Heiden Und dann Lies den Hebräerbrief Das sind keine Drachen Keine sieben Köpfe Gott ist Geist Versteht ihr das? Ich wünsche es mir Von ganzem Herzen Dass ihr das versteht Da gibt es Gott hat keine Formen Keine Fantasie Keine Bilder Du weißt die Wahrheit Und die Wahrheit Macht dich frei Vom Heidentum Du kommst Von der Vielzahl Von vielen Göttern Heraus Und kommst wieder zurück Zu den Einen Gott Es ist so schwierig Diese Dinge Heutzutage zu predigen Sie wollen da nicht Herauskommen Und sie wollen Von den Menschen Die die Bibel Geschrieben haben Nichts lernen Sie haben die Bibel Genommen Und haben es Zu einem deutschen Buch gemacht Und die Russen Haben es genommen Und haben es Zu einem russischen Buch Und die Amerikaner Nahmen es Und haben nur Ein amerikanisches Buch draus Aber dies ist Immer noch Das jüdische Buch Von Deckel zu Deckel Wie könnt ihr Unsere Bibel Nehmen Und etwas zu lesen Über uns An Gott Und dann ging uns Sich zu kehren Und zu sagen Gott mag euch Nicht mehr Aus unserem Buch zu lesen Und selbst Morden Zu morden Im Namen Dieses Buch Stellt euch das vor Was für eine Gewaltig große Krankheit Das ist ein Fluch Auf den Menschen Verstand Vielleicht bin ich Der einzige Mensch Auf Erden Der diese Dinge lehrt Weil ich mich Nicht fürchte Zu sterben Ihr könnt mich Heute töten Aber ich werde euch Immer noch Die Wahrheit Sagen Und ich Sterbe Dafür Ich Treffe Menschen Heutzutage Sie Wollen Nur Karriere Machen Sie Möchten Offene Türen Und Sie Kommen Zu Mir Und Möchten Dass Ich Offene Türen Gebe Und Was Wollt Ihr Dann Sie Wollen Dann Ein Opfer Ich Möchte Opfern In Was Für Namen In In Namen Gottes Und Du Nennst Das Einen Dienst Dein Gott Ist Dein Geld Du Machst Nur Das Geld Zu Einem Biblischen Geld Und Du Machst Ein Geschäft Daraus Nein Freienfangen Und Frei Gibst Du Die Das Evangelium Predigen Leben Vom Evangelium Und Die Die Am Alter Dienen Die Leben Vom Alter Frei Hast Du Entfangen Frei Gibst Du Und Ein Arbeiter Ist Würdig Sein Ist Seine Arbeit Das ist Die Königreich Perspektive Du Kannst Geben Aber Du Brauchst Auch Nicht Aber Wenn Du Gesegnet Bist Bezahl Für Die Segnung Das Ist Deins Und So weiter Genauso Wie Du Für Brot Und Bäcker Bezahlst Und Du Es Legal Essen Kannst Zum Frühstück Genauso Hier Aber Die Haiden Wollen Nicht Über Das Gesetz Sie Möchten Alles Frei Haben Aber Wenn Es Dazu Kommt Ein Haus Zu Kaufen Und Es Zu Verkaufen Dann Wollen Es Für Einen Guten Preis Kaufen Und Du Musst Den Vertrag Unterschreiben Oh Was Sind Wir Vermischt Wenn Du Verkaufen Wollst Für Einen Teuren Preis Denn Kauf Er Billig Und Wenn Wir Dann Ins Königreich Gottes Kommen Dann Sie Es So Als Ist Alles Frei Ist Ja Alles Aber Aber Wir Müssen In In Dieser Physischen Sicht Man West Und Wir Müssen Gekleidet Se So Weiter Und So Weiter Aber Jesus Sagt In Hebräa 1 Vers 3 Es Eigentlich Über Jesus Dass Er Die Ausstrahlung Von Gottes Herrlichkeit Die Repräsentation Von Gott Und Wenn Er Sagt Während Ich Mit Euch Bin Habt Ihr Den Vater Aber Wenn Ich Zurück Gehe Zum Vater Dann Werde Ich Ein Tröster Den Heiligen Geil Er Wird Euch Lehre Und Er Wird Euch Leichen Und Er Wird Euch In Alle Wahrheit Leichen Und Er Wird Nie Mals Von Sich Selbst Genauso Wie Ich Nicht Von Mir Selbst Spreche Denn Selbst Ist Heidentum Wir Haben Für Uns Selbst Ein Kleinen Gott gemacht Lasst Es Uns Lesen Lasst Uns Erstmal Zu Johannes 5 Gehen Wenn Ihr Das Heute Abend Begreifen Könnt Dann Seid Ihr Einen Mächtigen Schritt Tiefer Ins König Reik Gottes hineingekommen Kein Flesh No Image Can Be God Kein Fleisch Kein Wildnis Kann Niemand Sonsten Und Jesus Jeschua Sagt Ich bin Der Weg Die Wahrheit Und Das Leben Niemand Kommt Zum Vater Es Sei Denn Durch Mich Seine Mission Hier Auf Er War Dass Er Den Preis Für Euch Bezahlt So Dass Ihr Frieden Hab Mit Gott Den Vater Und Eine Beziehung Mit dem Vater So Ist Er Weg Hat Das Jeder Verstanden Ja Nächsten Schritt Wenn du Durch Jesus Zum Vater Kommst Dann wirst du niemals Jesus Absetzen Wenn du Mit dem Vater Beschäftigt Bist Und Durch Jesus Gehst Weil Das Dafür Ist Er gekommen Zu Tun Weil Er Sagt Ich werde Euch Den Vater Vorstellen Ich Gehe Zurück Zum Vater Und Ich Gebe Euch Den Heiligen Geist Er Erkennt Das Nicht Eine Andere Physische Person Aber Den Heiligen Geist Um Was zu tun Euch Zu Vergeist Geist Gottes Geist Um ihn Geistlich Zu Verstehen Um ihn Geistlich Zu Verstehen Ich Denke Wir Haben Genug Von Fleisch Oder Haben Wir Es Nicht Nächstes Mal Wenn Jesus Auf dem Weg Nach Emmaus war Nach der Auferstehung Dann haben Sie Zwei Jünger Über Die Dinge Erzählt Die Gerade Statt Gefunden Haben Und Sie Haben Jesus Nicht Erkannt Und Dann Macht Jesus So Als Wenn Er Weiter Ziehen Wollte Aber Sie Haben Ihn Bedrängt Und Sagt Komm hinein Aber Sie Haben Immer Ihn Noch Nicht Erkannt So Saßen Sie Mit Ihm Am Tisch Und Er Hat Ihn Innerlich Bewehrt Aber Sie Haben Immer Noch Nicht Erkannt Und Dann Nahm Er Das Brut Und Hat Es Gebrochen Und Wenn Er Das Tat Dann Haben Sie ihn Erkannt Aber Dann Ist Er Verschwunden Warum Sie Haben ihn Erkannt Nein Das Fleisch Hat ihn Erkannt Aber Weiß Ich Sag Haben Unsere Herzen Nicht Gebrannt Während Dessen Er Mit uns Sprach Der Geistliche Mensch War Ein Feuer Aber Sie waren Blind Versteht Ihr Das Nur Wenn Er Das Physisch Sichtbare Brot Nahm Und Er zerbrach physisch Sichtbar Jesus hatte eine besondere Weise Das Brot zu brechen Nur Jesus konnte so das Brot brechen Wie er es brach Und Nur Dad haben sie ihn erkannt Sie haben ihn nicht erkannt durch sein Wort Geistlich Nur mit diesen physischen Augen schauen sie auf das physische Brot nach denen sie hungerten Und genauso spricht Jesus zu Thomas So du Ungläubiger komm und berühre mich Und er sagt es ist mir gesegnet nichts zu sehen aber zu glauben Warum Weil du den geistigen Menschen aktivierst Und Gott ist Geist Und dein Geist muss verbunden sein zum Geist Und dein Geist muss aufgebaut sein Und in Johannes Kapitel 5 Vers 19 heißt es wahrlich wahrlich Das heißt wirklich wirklich ist das so Der Sohn kann nichts aus sich selbst tun Was Jesus kann nichts aus sich selbst tun Ja Er kann nichts tun Und das geht weiter Lern da etwas Seidem er sieht es den Vater tun Und das was der Vater tut gleicherweise tut der Sohn auch Der Sohn Marias kann nichts aus sich selbst tun Dies griechische göttliche Götzenbild kann nichts aus sich selbst tun Aber der Geist des Vaters kann So den Vater zu beobachten und das zu tun was der Vater am tun ist Aber das was wir tun tun wir im Namen Jesus und das was der Vater am tun ist Vers 30 Ich kann nichts tun aus meiner eigenen Initiative heraus Der Sohn Marias der Sohn kann ich wie ich höre richte ich und mein Gericht ist gerecht weil ich nicht meinen eigenen Willen suche aber dem Willen dessen der mich gesandt hat und dann hörst du was er jetzt sagt wenn ich Zeugnis von mich selber ablege allein dann ist mein Zeugnis nicht wahr Und da ist jemand anders der Zeugnis über mich ablegt und ich weiß was er in sich kriegt das ist die Wahrheit was Jesus klar sagt ist das ist keine Selbstidentität im Königreich Gott Jesus war das Wort bevor die Welt gegründet war Gott sprach das Wort wie durch den Heiligen Geist wer ist der Atem Gottes und wenn ich ein Wort spreche dann nehme ich einen Atem zu und dieser Atem bringt das Wort heraus so Gott der Vater durch den Heiligen Geist sprach das Wort und dann wurde das Wort Fleisch und dann wurde dieses Fleisch gekreuzigt und auf diesem Körper wurde eure Sünde gelebt und dieser Körper wurde verherrlicht und jetzt ist er zur rechten Hand des Vaters was heißt das er ist euer Fürbitte er ist der Weg die Wahrheit und das Leben der Weg er ist der jenige der Fürbitte tut zwischen dir und dem Vater aber es geht in Richtung den Vater zu kennen seht ihr das seht ihr das wenn ihr das einmal begreift dann geschieht etwas es gibt also sehr viel Furcht die gerade aufwacht während ich diese Dinge spreche ihr möchtet theologisch richtig sein aber es gibt nicht solche Sachen wie theologisch richtig zu sein weil ihr gemäß der lutherischen Kirche seid verkehrt und gemäß der katholischen Lehre sind die lutheraner die baptisten die charismatiker und alles andere ist verkehrt und jetzt ist es so in hannover mit den gemeinden das eine verkehrt ist mit den anderen und jeder hat seine eigene theologie gebaut und gegenüber meiner theologie ist deine theologie verkehrt ein großes durcheinander wer braucht das wer will das wollt ihr immer noch theologie oder möchtet ihr viel lieber ein verständnis haben als verständnis des königreichs gottes ihr könnt alle jetzt wenn ihr möchtet aufstehen und herausgehen wegen eines satzes jeder kann das tun einsatz kann nicht auf den fuß treten und dann sagt er das tut weh ich stimme da nicht wahr ein dann geht er raus im christentum haben proklamation und nochmals proklamation aber im judentum haben wir verständnis verständnis und nochmals verständnis ist wie eine kette und wenn du jetzt ein glied da verpasst dann ist die ganze kette zerbrochen aber seit wir in proklamation sind und ein glied da nicht in unseren theologischen kopf hinein passt dann werfen wir schon die ganze kette weg schlimm ich bin herumgekommen Freunde ich bin herumgekommen und sag euch wirklich die Wahrheit Gott der Vater bereitet das Wort und er wurde Fleisch und er ging dann zurück zum Vater er ist nicht länger mehr im Körper Ihr seid sein Körper ich bin sein Körper Ihr seid Jesus und ich bin Jesus der Vater ist ein Geist und Jesus ist der Geist und Paulus nennt ihn der Geist Jesu und wer immer den Geist Jesu nicht hat gehört nicht zu ihm und darum haben die Apostel die Menschen in den Namen Jesu getauft das war nämlich etwas besonderes der Heilige Geist ist Geist Vater ist ein Geist Jesus ist ein Geist der Heilige Geist ist ein Geist Geist weil wir auch Geist sind Jesus sein Körper war zeitlich begrenzt unser Körper ist zeitlich begrenzt sein Körper war verherrlicht unser Körper wird auch irgendwann verherrlicht sein er hat den Preis gezahlt für uns so dass wir nur die Segnung zu nehmen brauchen und wir haben die Kraft Sünde einzunehmen Sünde zu und unseren Körper zu verherrlichen was geschah danach wenn du anfängst in diese Richtung zu gehen dann wird etwas geschehen Matthäus Kapitel 5 Vers 10 11 12 Vers 10 11 12 Blessed are those who have been persecuted for the sake of the righteousness for there is the kingdom of heaven blessed are you when men cast insults at you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely on account of me rejoice and be glad for your reward in heaven is great for so they persecuted the prophets who were before you glückselig die um der gerechtigkeit willen verfolgt denn ihrer ist das reich der himmel glückselig seid ihr wenn sie euch schmähen verfolgen und alles böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinet willen freut euch und jubelt denn ihr Lohn ist groß in den himmel denn ebenso haben sie die propheten verfolgt die vor euch waren halleluja halleluja wir sind am selben Platz gestellt wie die propheten lasst uns das versuchen zu verstehen wie können wir uns freuen ja wenn du einmal durch verständnis bewegt wirst bist du im königreich wir wir müssen uns daran erinnern ins Königreich stehen zu bleiben es ist nicht durch Gefühle aber es ist durch Verständnis das Wort muss verstanden sein die Propheten waren der Mund die Stimme Gottes und die Stimme Gottes ist die Stimme der Wahrheit was immer Wahrheit ist muss geprüft sein sonst ist es keine Wahrheit das ist das erste Stück der ist verstanden und das was nicht geprüft und getestet ist keine Wahrheit und wenn du von Prüfung wegläufst bist du nicht wahr dieses piano bevor es verkauft werden kann und bevor diese Firma Yamaha seinen Namen drauf legen kann und es für einen guten Preis verkaufen kann muss vorher geprüft sein und wirklich getestet und es geht durch viele verschiedene Tests und Mercedes Benz muss getestet sein und was machen die alles mit diesen Autos Kälte Wärme das Gummi wird verbrannt und zusammen pressen also Unfall bauen und die Maschinen bis zum Extremen hochdrehen bis sie explodieren bis ein Sony Fernseher verkauft werden kann muss dieser Fernseher geprüft sein Hitze Hitze frieren es schütteln fallen alles mögliche dann wird es patentiert und dann hast du auch eine Garantie dafür manchmal hast du eine lebenslange Garantie für wie kann man für sowas Garantie machen die verfolgen das Ding das wird wirklich bis zum letzten geprüft misstraucht sogar ich wurde auch verfolgt alle Zeit sogar man bin ich verfolgt so viele Lügen werden über mich verbreitet weil ich ein sehr kontroverser Prediger bin Jesus war sehr kontroverser möchtet ihr so sein wie er dann musst ihr kontroverser sein einige liebten ihn einige hassten sie sagten kann er denn der messiah nein er ist ein schwindler er verführt die Leute und die armen Menschen haben ihren eigenen Verstand nicht gebraucht sie haben mit einem Ohr dahin gehört und mit dem anderen Ohr dahin gehört aber die schlimmste Sache geschah wenn er die 70 Jünger berufen hat oder ihnen sagt ich gebe euch die Kranken zu heilen und die Toten aufzurichten und die Aussätzigen zu reinigen geht und sie taten es in seinen Namen und sie kommen zurück und sie sagen oh große Wunder sind geschehen wir waren sehr erfolgreich die Dämonen haben sich vor uns wirklich geängst und Jesus sagt ach freut euch doch nicht wenn die Geister euch untergeordnet aber freut euch dass eure Namen im Buch des Lebens eingetragen sind und dann sagt er ihnen was es sei denn dass ihr mein Fleisch esst und mein Blut trinkt sonst habt ihr keinen Teil an mich schaut euch das an schaut mal wie die reagiert haben anstatt zu sagen was meinst du ihnen eine Frage zu fragen denn jeder der eine Frage stellt demütigt sich selbst ich erinnere mich wenn ich mit euch mit eurer Familie zusammen gefahren bin in Ostdeutschland war es und dein Ehemann so viele Fragen und er immer sagt ja ich weiß ich weiß und wir waren verloren und dann fragt er eine andere Person und dann okay ich hab's ja gut und dann jemand im Auto sagt nein du bist halt ach sei still wieder verkehrt so fragt er die Ecke gesetzt und diesen ganzen Vorgang angeschaut so viele so viele Fragen und schließlich haben wir den Weg doch gespielt aber wenn du fragst und das ist ein Zeichen dass du dich selber demütierst hast du mal Menschen gehört die gesagt haben ich brauche keine Barmherzigkeit ich bin selbstversorgen ich brauche keine Zuwendung aber ich lebe von Wohltaten ich lebe von Barmherzigkeit Barmherzigkeit zu mir und jeder Diener Gottes lebt von Gnade und Barmherzigkeit du musst sehr dünnig sein um so zu leben frag Emma wo ich ihr oft gesagt habe dass ich den Dienst verlassen will und in Geschäft zu gehen weil es schwierig ist es ist leichter sein eigenes Geld zu verdienen als durch Gnade zu du dann nicht von den Menschen abhängst du hängst von den Herrn ab welcher unsichtbar ist den kannst du nicht kontrollieren und ihn physisch nicht sehen aber du vertraust ihm wie durch Verständnis durch Verständnis vertraue ihn durch Verständnis wie verstehen wir das wenn du ein göttliches Leben leben möchtest wirst du verfolgt werden so ist das einfach du du wirst durch Verfolgung kämpfen aber das ist ein Ruf Gottes du kommst zu diesem Brechpunkt zum kritischen Punkt du kannst mit den Verfolgern kämpfen so gehst du heraus aus Königreich und gehst dadurch zurück in die Welt Gott schaut nicht aus für Kämpfer er schaut aus nach Kindern wir sind keine Soldatenfreunde es macht nichts aus wie viele Lieder ihr da singt aber wir sind noch lange keine Soldaten Gott beruft keine Generale er ist nicht generell berufen er wird nicht General genannt er wird der Vater genannt und deswegen sind wir keine Soldaten wenn ihr gerne Soldaten sein wollt dann geht hin und nackt euch aus ihr könnt mit eurem Papierschwert dann kämpfen euch vorzustellen dass ihr da irgendwelche Kriege führt mit dem Dämonen und den Krieg im Himmel gewinnt go ahead ich hab's schon hinter mir da gibt's kein das ist Dummheit ich war da drin ich hab's auch getrieben es ist Müll ich bin ein Kind Gottes und ich hab einen Vater und ich go unter seinen Flügel und ich hab es mir erwähnt in den Schatten seiner Flügel das ist meine Wahl und ihr werdet dort auch ankommen bei dieser Wahl jeder Einzelne wird an dieser Wahl kommen früher oder später wirst du an diesen Punkt kommen du musst Weisheit lernen du kommst an den Punkt wo du mit den Verfolgern kämpfen kannst die dich fluchen das kribbelt dich dass du da zurückfluchst die beten vielleicht gegen dir und es kribbelt dich dass du gegen sie betest weil du denkst du bist der Soldat Gottes und du kannst Krieg führen aber wenn die Flüche auf dich legen und du legst Flüche auf sie dann bist du nicht im König dann bist in dem Topf der Dunkelheit dann kochst du dich selbst du flugst dich selbst und mit dem du dich beschäftigst das kommt auf dich du kannst dich nicht selbst verteidigen du hast eine Wahl verfolgt zu sein und wegen dessen geh tiefer ins Königreich oder geh weg vom Königreich und ja oder entfange das und geh tiefer oder nehme es an als wahr es ist so weil die schrift es sagt wenn ich so wie jesus bin dann bin ich sehr kontrovers und darum haben wir die bibel ließ es die propheten waren die stimme gottes und sie waren wahrhaft und die menschen hassen die wahrheit und sie hassen immer noch die selbe wahrheit die sie freimachen kann mit der hassen sie den aber es wird verletzen es wird dem ego verletzen ja ich verletze den ego von menschen alle zeit so mögen sie mich nicht danke so ist das für mich eine möglichkeit tiefer ins königreich hinein zu gehen mehr verfolgen umso tiefer gehe ich ins königreich umso mehr sie mich hassen umso mehr liebt mich der her bin ich exklusiv ja werde ich dadurch mehr heilig ja wurde ich dadurch mehr gerecht und werde ich dadurch Gottes geliebter ja ist Gott eifersüchtig über mich ja mehr und mehr jeden Tag er liebt mich mehr ja und werde ich so wie Schadrach Mischach und Abednego im Feuer ja das Feuer brennt die sieben Babylonier sind schon verbrannt die Beschuldiger die Schafsrichter ja die Richter sie haben sie ja die Ausführer des Willen des Königs haben sie schon ins Feuer gebrochen die haben diese drei Hebräer getötet wir mögen euch nicht die Juden wisst ihr was Holocaust ist Hebrew Shoah und in Hebräisch heißt es verbrennen und das erste Holocaust war in Babylonien mit Schadrach Mischach und Abednego ins Feuer geworfen wurden aber sie hatten es getan aus allen anderen Gründen sie sind hineingekommen aber das Feuer hat sie nicht berührt sie sind herum gegangen mit dem Messias welcher noch nicht im Fleisch war aber er war der Messias Jeschua das Wort weil es in Gott keine Zeit gibt Jeschua sollte da verfolgt und du wirst verfolgt und die Juden werden verfolgt und die Propheten wurden verfolgt für was für die Wahrheit du musst wählen ich habe es mir erwählt ihr könnt nicht auf beiden Enden spielen du gehst hinein und wirst dann stark verlier dein Leben und finde neues Leben verneine dich selbst und dann findest du Selbstlosigkeit eine Tasse dieses Glas ist nicht total demütig aber ich gehe jetzt und mache es demütig ihr seht weil das Glas nicht ganz leer ist jetzt ist das Glas wirklich demütig es ist leer und es dienen kann dieses Glas etwas aus sich selbst heraus tun das Glas schüttelt oh das Glas sagt ich bin groß so schau mal was da passiert Wasser kommt aus mich heraus aber du bist nichts schau dir das Glas an kann das Glas etwas tun springen fülle fülle dich mit Wasser es geräuscht mir nicht der allmächtige Gott muss das Glas nehmen und das seid ihr und er muss es füllen aber was ist wenn ihr schon gefüllt seid mit euren eigenen Träumen und Fantasien kann er euch dann mehr mit sich selbst füllen er wird es nicht vermischen du musst es ausgießen um leer zu werden dass du mit ihm gefüllt werden so dass du die Glas Identität nicht mehr hast welches selbst ist aber seine Identität und das ist Demütigkeit du bist mit ihm gefüllt mit mehr Glas dann wird es ein Stück Glas dann ist es keine Tasse es ist kein Gefäß du kannst es wegwerfen es ist ein Stein Müll es sind viele Kinder Gottes wie dieses Glas sie sind dann so selbst wichtig versteht ihr was Jesus gesagt hat aus mich selbst heraus kann ich nichts tun nichts der Vater kann nichts tun ohne den Wort weil er das Universum durch das Wort geschaffen hat und der Geist kann nichts tun ohne den Vater und dem Wort und das Wort an sich selbst kann nichts tun aber durch das Wort ist die Welt geschaffen durch der Kanal Jesus ist der Kanal für euch zu dem jüdischen Gott und er sagt da ist eine Herde eine Herde es sind keine zwei wir gehen in diese Richtung eine Herde und das ist was ich mache das ist meine Aufgabe euch für diesen herrlichen Stand ein Messias ihr müsst etwas über das jüdische Menschen lernen ihr seid von Japheth und Japheth war der Vater von Javan und Javan ist der Vater der Griechischen und alle Europäer sind Griechen und was sagte Noah und Japheth soll sich aufhalten in den Zelten von Shem aber Christentum wurde eine separate Religion und die Juden sagen macht doch was sie wollen wir nicht vorgeschrieben in euren Zelt zu kommen aber ihr euch ist vorgeschrieben in unser Zelt zu kommen wenn ihr gerne Religion spielen wollt dann spielt es doch das ist gut dann bindet euch doch in Islam an oder geht nach Buddha entweder nehmt ihr es oder werft es weg und Gott macht die Hitze heißer und die Araber die hassen es dass die Amerikaner mit Israel zusammen und die Amerikaner sagen ja wir wissen wo die Segnung her kommen ihr könnt Politik spielen wie ihr könnt kritisieren wie ihr möchtet aber Amerika hat einen ewigen Bund mit Israel wusstet ihr das aber ihr wisst es nicht die werden niemals diesen Bund brechen es ist ein geheimer Bund und amerika kann israel nicht loslassen niemals und warum sind die beiden verfolgt geprüft und testet beide wachsen ökonomisch technologisch wissenschaftlich geistlich Wohlergehen Wohlstand wird ihr denkt wohl dass Europa alleine Segnung bringt und aber wird mir recht geben dass es besser war als wenn die D-Mark noch gewesen war Menschen waren glücklicher D-Mark in den Taschen zu haben ihr habt es schon erkannt eine Sache ist gut über eure Regierung weil ihr niemals gegen Israel ankommen werden ihr müsst diese Antisemiten unter Kontrolle bringen dass sie still sind und das ist eine besondere Position der deutschen Nation ihr seid keine Franzosen ihr seid keine Himlern ihr habt was Besonderes und was ist das Jesaja hat darüber prophezeit die Kinder die euch verfolgt haben werden euch auf den Armen tragen und sie bringen euch zurück ins Heilige das ist eure Nation und Gott wird euch dafür wohlstand ihr werdet eine reiche Nation eine große Nation solange ihr eure Mission hier auf Erden erfüllt das ist die Wahrheit das ist was der Herr so jetzt sind wir ein Zelt ich bin mit Antisemitismus und Hass aufgewachsen eigentlich hat ein Antisemit einen großen Stein auf mich geworfen und mich an den Kopf getroffen und wenn es einfach nur ein bisschen tiefer wäre dann wäre ich tot ich weiß was Hass ist aber wenn ich mehr Wahrheit und mehr Offenbarung dann war die Verfolge eben noch schlimmer es sah so aus als wenn Gott mich tiefer und tiefer in sein Königreich gezogen hat wir gehen nach Galiläa und ich werde niemals das Halle verlassen für mich ist das der letzte Ort was tue ich da ich gehe immer noch tiefer ins Königreich ich werde gehasst lasst sie mich mehr hassen at least I'm in my own environment je mehr sie mich verfolgen umso mehr Segen und Gnade habe ich I remember once in the church there was a demon possessed girl einmal in der Kirche gesehen da war ein dämon besitztes Mädchen und der Pastor war so stolz dass er so einen erfolgreichen Befreiungsdienst hatte aber er konnte dieses Mädchen nicht freisetzen so war ich ein Besuchssprecher und er sagt kannst du das machen und ich bitte den Herrn lieb sie nur das ist alles die liebe gottes ist die größte waffe im universum und ich nahm sie nur in meine arm und sagte der Herr liebt sie rutscht aus meiner arme raus und lieblich auf den Fußboden ist sie befreit worden vom Geist des Selbstmord sie hat ihren Vater vergeben der sie geschendet und dann ist sie aufgeschlagen und hat jeden umarmt und geküsst und war frei im ganzen Arm zwei Bibelstudenter haben geschaut was ich getan treten heraus und an der Tür sagten sie ach das ist nur weil du jüdisch bist und die haben es versucht aber konnten es nicht die siebzig Jünger anstatt dass sie Jesus Fragen stellen über diese Frage sein Fleisch und sein Blut zu trinken und wissen sie was sie sagen es ist eine harte Lehre wer kann das und sie niemals folgen Jesus wieder sie haben sie umgedreht und haben ihn nicht mehr genau das ist die Realität heute viele sind berufen aber wenige sind erwählt dass ihr immer noch hier sitzt ist ein Wunder das viertel vor zehn er trittet ihr in den in den ruf ein also ich spiele jetzt hier nicht hier jemals zurück zu kommen um eine offene tür zu ich kümmere mich einfach und ich habe es nie getan ich will dem Fleisch nicht zu gefallen sein Pampers ja Pampers ja 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 Wahrheit oder keine Wahrheit aber ich weiß dass die richtig weg ihr seid sehr haben etwas zusammen wir alle lieben den Herrn Jesus ich liebe wirklich ich schau meine Lieder an meine songs wie viele ich kann nicht genug haben von ihm er hat mir seinen eigenen Vater vorgestellt er ist der erstgeborene ich bin vielleicht der ein milliardste geboren durch den erstgeborenen gehe ich zurück zum Vater lasst uns Jesus heute Abend lieben cherry EM was sieh da die 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 Jesuah, Jesuah Jesuah, Jesuah Jesuah, Jesuah, Jesuah I worship You I worship You I worship You Jesuah, Jesuah I worship You I worship You I worship You Jesuah, Jesuah I worship You I worship You I worship You I worship You Vielen Dank.